Um das Freibad besuchen zu können, gibt es dieses Jahr ein Buchungssystem für Online-Tickets. Diese Tickets können nur Mitglieder oder Sachsenheimer Einwohner kostenpflichtig auf der Internetseite buchen. Nach Überprüfung freier Plätze kommt es zur Reservierung von Datum und Zeitblock. Gebucht werden können Tickets zwei Tage im Voraus sowie für mehrere Erwachsene und Kinder. Das Ticket kann über das Handy heruntergeladen oder direkt ausgedruckt werden. Mitglieder müssen am Eingang des Freibads das Online-Ticket abscannen lassen und ihren Mitgliedsausweis vorzeigen. Nicht-Mitglieder benötigen das Online-Ticket ebenfalls zum Abscannen und ihren Personalausweis. Wichtig sind die Einhaltung der Abstandsregel von 1,50 Meter und das Desinfizieren der Hände. Dafür stehen Desinfektionsspender im ganzen Freibad für Sie bereit. Auf allen Wegen gibt es Markierungen, die den richtigen Weg durch das Freibad und die einzuhaltenden Abstände beim Anstehen vorgeben. Generell gilt, sich auf allen Wegen und Durchgängen rechts zu halten. In Umkleiden und WCs herrscht Mundschutzpflicht und eine Beschränkung der Personenanzahl. Ebenso können diese Saison leider keine Mietliegefächer, Sonnenliegen und Schwimmutensilien ausgeliehen werden. In der Männer- sowie in der Frauentoilette dürfen sich jeweils nur zwei Personen aufhalten. Hinweisschilder am Waschbecken weisen auf das richtige Händewaschen hin. Die Innenduschen können leider nicht benutzt werden. Der einzige Ein- und Ausgang zum Beckenbereich ist die Außendusche gegenüber den Umkleiden. Hier kann nur beim Eintritt geduscht werden. Alle anderen Außenduschen können nur vom Außenbereich genutzt werden. Das Becken besteht aus sechs Sektoren. Das Nichtschwimmerbecken ist in drei Kinderbereiche eingeteilt. Kind 1 kann nur durch die Treppe, Kind 2 und 3 jeweils über den Beckenrand betreten werden. Der Schwimmerbereich unterteilt sich ebenfalls in drei Teile. Der Aqua-Jogging-Bereich ist über die Treppe von Kind 1 und die beiden Leitern am Beckenrand, das Sportschwimmerbecken vom oberen Beckenrand und das Normalschwimmerbecken über die beiden Leitern erreichbar. Wichtig zu beachten ist auch im Wasser die Abstandsregel von 1,50 Meter. Generell muss immer rechts geschwommen werden. Die Schwimmrichtung erfolgt gegen den Uhrzeigersinn. Das Aufschwimmen ist hierbei verboten. Durch diese Beckeneinteilung ist das Springen von Springtürmen leider nicht gestattet. Da nur eine bestimmte Personenanzahl den Beckenbereich betreten darf, gibt es Wartebänke mit Abstandsmarkierungen am Eingang des Beckenbereiches. Das Babybecken und der Spielplatz dürfen nur von maximal zehn Personen betreten werden. Das Schaukeln ist untersagt. Die Abstandsregel von 1,50 Meter muss auch hier eingehalten werden. Die Zeitblöcke, Preisliste sowie alle Hygienevorschriften sind nochmals übersichtlich auf der Freibad Homepage zu finden. Wir freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.